Hallöchen, da sind wir wieder und ich habe das Gefühl, ich wuchere immer weiter zu. Ich habe mal den Helm ausgeblendet. Ich finde immer, das sieht cooler aus. Später kann man sich auch noch ein paar Frisuren machen. Dazu müssten wir uns eine Schere herstellen. Haben wir aber noch nicht. Können wir aber alles machen. Ich habe aber auch nicht viele Frisuren freigeschaltet. Die schaltet man über Erfolge frei. Ich weiß, es gibt da eine Mod, mit der man die auch alle freischalten kann. Mal gucken, ob ich die irgendwann nutze. Was haben wir heute vor? Also, ich habe immer noch keinen Doedicurus in der näheren Umgebung gefunden. Ich habe einen 135er gefunden, der war aber in so unfassbar gefährlichem Gebiet mit Aluos und Raptoren und Säbelzahntigern, dass ich den wohl an Ort und Stelle nicht getamt bekommen würde. Ich könnte mir die Arbeit machen und könnte den immer wieder aggroen und könnte ihn hierher locken, sodass wir ihn in Ruhe eben hier unten tamen können. Das muss ich mal schauen, ob ich das mal in Angriff nehme. Das ist aber auch nichts, was ich onscreen mache, weil das ist das Viech angreifen. Solange es aggro hat, das Viech durch die Gegend kiten und irgendwann dann hier ankommen. Ja, hier ist es auch vorangegangen. Es ist eine Arschvoll Arbeit. Guckt mal, ich habe die Erfahrung übrigens, das wollte ich in einer der letzten Folgen schon sagen, ich habe die Erfahrung wieder zurückgestellt auf 1,0, weil ich hätte sie gar nicht erst auf 1,5 hochstellen sollen. Das war eine nicht so kluge Entscheidung, weil man einfach, gerade wenn man dann auch relativ viel baut, viel, viel, viel zu schnell levelt. Aber gut, hier ist einiges vorangegangen. Einige fragen sich vielleicht auch, wie macht denn der das, dass der hier in diese Steine reinbauen kann? Das ist auch eine Option, die man in den Einstellungen deaktivieren kann, dass quasi die Kollisionsabfrage deaktiviert wird beim Bauen. Ich finde, so kann man viel schöner bauen, so kann man viel angenehmer bauen und so ist es auch viel einfacher, so wie ich es mag, eben die Gegebenheiten der Map irgendwie in seine Bauten zu integrieren. Da ich hier jetzt irgendwie kein Haus oder so baue, kann es sein, dass wir hier nicht dauerhaft einen Hausbuff haben, aber auf Center ist der Hausbuff auch gar nicht so wichtig. Der schützt ein bisschen vor äußeren Einflüssen und vor Temperatur und so, aber das ist hier auf der Center Map alles gar nicht so ein riesengroßes Problem. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, nächste Folge Doei di Kurus Taming, das gibt es aber nicht. In dieser Folge, ich versuche ein Doppeltaming reinzukriegen. Zum einen möchte ich dort unten diesen Fiomia haben, der ist zwar nur Stufe 25, aber für den Zweck, für den ich ihn brauche, ist das Level vollkommen egal, denn ich brauche ihn als Kacke-Produzenten. Und dann habe ich ganz in der Nähe von hier einen Dung Beetle gefunden, Level 150 und den brauchen wir später auch. Also wir brauchen das Fiomia, damit es uns die Bude vollkackt und wir brauchen den Dung Beetle, der macht nämlich aus Kacke Öl und Dünger. So und so haben wir schon mal eine kleine Ölquelle, in Anführungszeichen will ich es mal nennen, der macht aus so einem mittelgroßen Kackhaufen zwei Öl. Das dauert seine Zeit, aber immerhin, ansonsten müsste ich hier ein bisschen über die Map flattern, um Öl zu holen. Würde auch gehen, aber ich glaube für den Anfang reicht der Dung Beetle erstmal und wir brauchen später sowieso Dünger. Wir brauchen, wenn wir ein Gewächshaus bauen und Gemüse anbauen, brauchen wir Dünger. Wir brauchen Dünger später für eine bestimmte S-Plus-Struktur, die wir zum Züchten brauchen oder die ich zum Züchten brauche. Dafür brauche ich den Dünger bzw. ich muss Nachwachsdünger herstellen, denn damit wird diese Struktur angetrieben oder damit funktioniert diese Struktur. Deswegen sind eigentlich Fiomia und Dung Beetle für den weiteren Spielverlauf mehr oder weniger unverzichtbar. Und hier unten ist relativ wenig los. Huch, ich wollte die Waffe noch gar nicht ziehen. Das heißt, wir schnappen uns erstmal, ich habe den Futterdruck umgestellt. Hier in der Nähe, das ist ganz komisch, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ich habe die Entfernung zu unseren Strukturen, die Nachspawn-Entfernung ganz, ganz, ganz runtergestellt. Diese Metallvorkommen spawnen einfach nicht nach, obwohl sie eigentlich nachspawnen müssten. Genauso, wenn wir mal rausgehen, ich weiß nicht, ob ihr es eben schon gesehen habt, als ich getrunken habe. Auch hier ist Kahlschlag und hier spawnt nichts nach. Ich habe auch die Respawn-Zeit von Ressourcen testweise mal ganz, ganz nach unten gedreht. Und alle anderen Ressourcen, wenn ich da unten irgendwo Steine abbaue, hier irgendwo da hinten, die spawnen, ja wenn man die Spawn-Zeit runterstellt, nahezu sofort wieder nach. Hier oben passiert nichts und ich verstehe das nicht. Weil eigentlich müsste so gefühlt zwei, drei Meter von unseren Strukturen eigentlich alles nachspawnen. Und als Struktur gilt in dem Fall nur entweder ein Fundament, wie wir es hier stehen haben, oder ein Zaun-Fundament mit einer Wand drauf. Das sind die zwei Konstrukte, die als Strukturen gelten für diese Respawn-Timer. Und das ist alles sehr, 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 sehr komisch. Finde ich zumindest. Nun ja, nun ja. Levelmäßig habe ich das schon gezeigt. Ich bin mittlerweile Stufe 49. Durch das Farmen und das Bauen und obwohl ich, wie gesagt, die Erfahrung zurückgestellt habe auf 1,0, sind wir trotzdem schon Stufe 49. Das heißt, ich könnte hier theoretisch schon Stromgeneratoren etc. bauen. Ich mache das aber auch, wenn ich im Level durch das Craften der ganzen Steinfundamente doch verhältnismäßig rasant ansteige, werde ich trotzdem solche Sachen wie, wenn wir hier alles verkabeln und alles mit elektrischem Strom versorgen, werde ich das alles in einer Folge zeigen, da verpasst ihr nichts. Ich brauche die Kackhaufen eben für den Dung Beetle, von dem ich erzählt habe, den ich gefunden habe. Den zählt man nämlich mit Kacka. Ja. Und wie gesagt, den Futterdruck habe ich mal abgebaut, den S Plus, weil ich dachte mit dem Nachspawn das liegt daran. Tut es aber nicht. Hab einen normalen Futterdruck aufgebaut, ändert alles nichts. Ja. Et is wie et is. Ich nehme hier mal 50 Mejo-Beeren mit. Und dann flattern wir mal runter. Warum will ich denn laufen? Bin ich irgendwie ein bisschen doof? Wir fliegen mal mit Petri hier runter. Das Schwein braucht, wenn ich es gut anstelle, vier Schuss in den Kopf. Aber das ist halt schnell wie Sau, ne? Oh, jetzt... Oh, es ist schon... Okay. Dann nimm mal Temejo-Berries. Wie gesagt, für den Zweck, dass es einfach nur uns die Basis vollkacken soll, ist das Level völlig unerheblich. Und wir hatten ja auch irgendwann einen Sattel gefunden. Wo ist er? Da. So, jetzt... Lauf ich jetzt runter? Ich meine, ich muss ja mit dem Schwein irgendwie wieder hoch. Ist das getamt? Jetzt laufen wir runter. Ich weiß, dass hier in der Nähe... Ja, dadurch, dass hier keine Ressourcen nachspawnen, habe ich auch das Gefühl, dass hier keine neuen Dinos spawnen. Das heißt, es ist hier rund um diesen See und rund um den See da unten relativ gefahrlos. Zumindest war das die letzten gefühlt vier, fünf Stunden so, die ich in Summe gefarmt habe und Steine gekloppt habe. Achso, die ganzen Biber sind hier auch weg. Ich habe die ganzen Biberbauten gelootet. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Zeit lang kein Holzproblem und haben dadurch auch sehr, sehr viel Zement. Ich glaube, über 1000 Zement. Ein paar Pflanzen, also ein paar seltene Blumen haben wir noch bekommen, ein paar seltene Pilze und ansonsten halt viel, viel Holz. Ganz kleine Menge Siliziumperlen noch. Ähm... Ja. Also ich... Ich habe jetzt die ganzen ersten neun Folgen, habe ich ja nicht am Stück aufgenommen, aber habe ich aufgenommen, bevor die erste Folge released wurde. Ähm... Ich sage es an dieser Stelle, also wenn irgendwie Kritik in den ersten Folgen kam und ich da bis jetzt nicht drauf eingegangen bin oder Vorschläge kamen, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ähm... Ging nicht. Und es ist schon live. Ne, es ist noch. Es ist aber gleich live. Auch hier dürft ihr euch für einen männlichen Fiomi, ja, dürft ihr mir gerne einen Namen in die Kommentare schreiben. Juhu! Habe ich den Sattel jetzt? Ich hoffe, ich habe ihn. Habe ich, ne? Habe ich. Habe ich. Yay! Hey! Wir reiten auf einem Schwein, der für andere ein Elefant ist und für mich ein... Ein Elefantenschwein. Ein Schwelefant. Oder ein Ein. Ich finde Ein cool. Eine Mischung aus Schwein und Elefant, ein Ein. Jo, Ausdauer alle, easy, easy, easy. So. Boah, guck mal, wie langsam sich die Ausdauer auffüllt, das ist ja echt... Naja, die haben eigentlich nur einen Zweck, man kann sie mit Stimmbären füttern, dann kacken sie... Holy Shit, das kann ich gleich mal zeigen. Wobei ich das erst zeigen möchte, wenn wir den Dung Beetle haben, dass wir den Dung Beetle direkt mit Kaka versorgen können. Aber ich denke, den Doppeltame kriegen wir, ähm, kriegen wir in der Folge lässig hin. Wie gesagt, das Schweinchen, Level 25, das war ja jetzt kein Problem. Aber was Hochleveligeres brauchen wir da auch nicht. Und eins, ähm, war zumindest in der Vergangenheit immer so, dass eins da gereicht hat. Äh, wie gesagt, wenn man mal viel... Viele, viele Kackhaufen braucht, dann gibt man diesem Schwein hier einfach, äh, Stimberries. Und dann, äh, geht das ab wie Schmidts Katze. Dann wird die Base vollgeschissen vom Feinsten. Da! Hup, gib mal her. Weil, wie gesagt, ein paar Kothaufen brauchen wir, äh, um den Dung Beetle zu zähmen. Ich denke, ich werde das auch nicht schneiden, der Dung Beetle ist nicht weit weg von hier. Da gucken wir jetzt mal, ob wir, äh, mit... Ah, ich parke dich erstmal hier. Bist du in Trognähe? Bist du. Wunderbar. Den Sattel kannst du auflassen. Ansonsten... Wobei, verhalten kann ich eigentlich alle neutral pfeifen hier. Hm, du hast auch nochmal gekackt. Das sollte für einen 150er Dung Beetle sollten vier... Oh, du folgst mir noch. Gut, dann bleibst du halt hier stehen. Habe ich auch kein Problem mit. Äh, ich habe den Dung Beetle eben... Ich bin mal wieder rumgeflogen, habe nach dem Dirty Kuros geguckt, ob irgendwo was nachgespawnt ist. Und wenn es nur erstmal ein Low Level ist, das würde mir, wie gesagt, schon reichen. Oder würde schon einiges vereinfachen. Habe aber keinen gefunden. Dabei bin ich aber fündig geworden. Ähm, wie gesagt, was den Dung Beetle angeht. Ähm, 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 ähm... Ein bisschen Gewicht level ich immer mit und ein bisschen Ausdauern. Das ist aber echt, ähm, wenig. So, wir hatten... War das im Video? Haben wir hier oben den Alpha Raptor gesehen? Also wir haben hier oben in der Nähe einen Alpha Rappi. Und da in der Nähe ist auch der 150er Dung Beetle. Ich hoffe halt einfach, ich lege mir schon mal so einen Scheißhaufen auf die Null. Denn das ist ein passiver Theme, äh, ja, mit Scheiße. Was willst du anders sagen? Es ist so. Et is wie et is. Ark ist sehr auf Kacke fixiert. So, da oben lief irgendwo der Alpha Raptor rum. Und hier war irgendwo die Dung Beetles. Da, da sitzt er schon, glaube ich. Hier waren auch jede Menge, ähm, Höhlentiere. Die habe ich schon, als ich hier war, alle darunter gelockt. Da unten ist der Haufen. Da sind noch mehr. Kommt sie bitte mit hier runter. Autsch. Ihr seht, hier ist alles mit Hüllenviechern verseucht. Das ist echt schlimm. Kommen die noch hier hoch? Kommen sie. Küsst euch doch mal. Gott, das ist alles aggro auf mich. Hallo. Autsch. Vielleicht doch alle einfach nur ein bisschen irgendwo hinlocken. Oh. So. Jetzt drehen wir einen großen Bogen. Ich will halt diesen Dung-Beatle. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Öl und können vielleicht bald tatsächlich schon anfangen, mit Strom zu versorgen. Das wäre eigentlich ganz nice. Weil für den Stromgenerator brauchen wir Benzin. Benzin stellen wir hier, indem wir wo ist er denn jetzt hin? Hier. Benzin stellen wir hier mit Hier ist er, Level 150. Oh Gott, braucht der viel Kacke. Ich dachte, vier Stück reichen. Vier Stück reichen niemals. Back to base. Was waren 17 Prozent? Also rechnen wir mal mit Rechnen wir mal mit 15 Prozent. Dann brauchen wir sieben Kackhaufen. Einen haben wir ihm schon gegeben. Wie viel habe ich noch dabei? Drei heißt, wir brauchen noch drei. Wir haben doch Stimmbären, ne? Dann kann ich euch das gleich mal zeigen. Ich weiß nicht, ob 24 schon reichen, damit hier ein bisschen damit hier ein bisschen gekackt wird. Jo! Reicht. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu schwer für Petri. Nee, geht. Alles klar. Zurück. Neuer Kackhaufen auf die Null oder bleibt der, bleiben die, äh, rückt dann neuer nach. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich hoffe, ich hoffe, das geht alles gut, ey. Wie gesagt, hier ist ein Alpha-Raptor, den müsste ich dann irgendwie mal weglocken, falls der Akku kriegt und wir das überleben. Das ist hier alles eine heikle, gefährliche Angelegenheit. Gucken wir mal, ob der Koti, also ja, es ist ein Dung Beetle, ein Kotkäfer, er wird auch, er wird auch Koti heißen, äh, da geht kein Weg dran vorbei. Okay, auch hier hätte ich einen Niedrigleveligeren nehmen können. Okay, warte, bis er wieder hungrig ist. Aber ich sollte jetzt eigentlich genug, äh, Kackhaufen dabei haben. Aktuell keine Gefahr in Sicht. Das Problem, wenn man mit dem Flugtier unterwegs ist und die werden angegriffen, die heben sofort ab, dann kriegen die, äh, wilden Dinos, die hier angreifen, oft Aggro auf den Spieler und es ist dann ganz schwer, wieder auf die Flugviecher drauf zu kommen, wenn die, wenn die erstmal ohne den, ohne den Spieler abgehoben sind. Gott, wenn ich da unten die ganzen Atropleura, Pluepuepuera und die ganzen Titanoboas sehe. Wir, äh, ich meine, wir sind schnell auf dem Terranodon und sind abgehoben. Wir sind total abgehoben, ey. Das ist wiederum das Gute, dass hier offensichtlich beim, äh, Höhlen-Spawn einige schiefgelaufen ist, nämlich, dass einige Tiere außerhalb der Höhle gespawn sind. Oh, guck mal, da ist irgendwas, oh Gott, alle auf den Trike. Ach, du Scheiße. Richtig eckig. Werd wieder hungrig, Mann. Jetzt kann ja halt jederzeit irgendwie ein Raptor seine Runden drehen oder so. Man muss halt immer, ich bin bei sowas immer hypernervös und hyper, äh, hab ich den Trike gekillt? Ja. Äh, und hyperparanoid, das hab ich ja schon mal gesagt. Also beim, beim Tiere-Tamen. Wenn das nicht im Taming-Gehege in der Base ist, äh, dann bin ich da ultra nervös. Wirklich ultra nervös. Und hab, ich hab halt so Schiss. Ich könnte da, wenn ich tame, könnte ich den hier, könnte ich den Dunkbietel auch mit Kacke zähmen. So nervös bin ich. Da ist schon mal, da geht schon mal ein Streifen ins Höschen. Oh, Regen nehmen wir mit. So, jetzt müsste es eigentlich, äh, zügiger gehen. Ich hab das ja erklärt beim Passiv-Tamen, die Zeit zwischen dem ersten Füttern und dem, also die Zeit, ja, zwischen erstem und zweitem Füttern, die ist mega lang. Und ihr seht's, jetzt geht das halt wesentlich schneller schon. Den kann man leider auch, wenn's ein sehr kleines Tier ist, kann man den leider nicht mit dem Terranodon tragen. Sonst hätte ich ihn einfach in die Base getragen und hätte ihn in Ruhe da getamt. Ähm, das geht aber leider nicht. Es gibt aber ein anderes kleines süßes Tierchen, das süßeste Tier auf der Center-Map. Ich würd sogar so weit gehen und würd sagen, es ist das süßeste und niedlichste Tier im ganzen Spiel. Äh, den, da, tamen wir uns auch noch, denn es gibt Otter im Spiel und Otter sind so toll. Otter sind nicht nur toll, weil sie niedlich sind, Otter sind auch toll, weil sie unglaublich nützlich sind. Und, ähm, Otter isolieren einen nämlich gegen Hitze und Kälte. Gegen Kälte verstehe ich, man trägt sie um den Hals wie so ein Schal. Ähm, die Hitzeisolierung verstehe ich da jetzt nicht, äh, spielmechanisch, aber gut, das ist so. Müssen wir mit Leben einmal noch Kaka geben. Ähm, ja, Otter werden wir uns auch noch holen. Ähm, den, äh, den, den trage ich aber dann in die Base und den tamen wir dann in der Base. Den tapet man mit, ähm, totem Fisch, also, äh, ich mit geerntetem Fischfleisch, sondern man, äh, tötet einen Fisch. Und, äh, trägt diesen Fisch und gibt ihm, den, gibt ihn dem Otter quasi. So, Koti, komm mit. Koti können wir nämlich, äh, hochheben und können dann mit unserem Flugtier fliegen. Ähm, das heißt, unsere Double-Tame-Runde war erfolgreich. Gut, waren jetzt auch zwei einfache Thames, aber immerhin, äh, unsere, unsere Armee wächst. Nein, aber, äh, die Dinos, die wir brauchen, die, äh, kriegen wir so langsam zusammen. Wie gesagt, die richtig guten Dinos zu kriegen, das wird sowieso, äh, eine schwierige Geschichte. Ich hab ja gesagt, wir brauchen einen, ähm, ich hätte unglaublich gerne Tericinos. Aber da können wir halt auch erst sehr spät den Sattel herstellen. So, du folgst mir noch, das soll erstmal nicht so sein. Und dann, damit, äh, der Dung-Beatle, damit unser Koti hier, ähm, Öl produziert und Dünger, muss man ihn auf Wandern stellen. Wenn ich ihn jetzt auf Wandern stellen würde, würde er hier halt, äh, in der Gegend rumlaufen. Mehr oder weniger unkontrolliert, äh, mit einem zufälligen Bewegungsmuster, so wie jeder Dino in der Natur hier rumwandert. Allerdings, haben wir ja, hab ich den schon gelernt, den S-Plus-Hitching-Pose. Den haben wir schon gelernt. Wunderbar, dann bauen wir den jetzt mal. Hier können wir jetzt mal wieder die Ordner an... Ne, ich möchte die Ordner-Ansicht haben. So, ähm, das müsste unter Sonstiges sein. Da ist er auch schon. Der kostet sieben Fasern, 40 Holz und 10 Stroh. S-Plus-Hitching-Pose. So, und den platzieren wir jetzt einfach mal... Ne, erstmal platziere ich den hier so. So. Dann schnappen wir uns unseren Koti. Ich probiere den mal halbwegs da hinzuwerfen. Okay. So, und dann, sobald wir den Hitching-Pose aufgestellt haben, haben wir im Radial-Menü die Option Hitch Dino. Das machen wir. Dann, äh, zieht sich hier so ein Seil über die ganze Map. Das ist immer so. Keine Ahnung, ob das irgendwelche speziellen Gründe hat. Aber jetzt ist er auf jeden Fall gehitcht. Wir können ihn auf Wandern stellen. Und er bewegt sich keinen Millimeter. Und wir können ihm schon mal die ersten Kackhaufen geben. Beim... Bei einem Dung-Beatle ist das Einzige, was man's gilt, ist Gewicht. Damit er immer mehr, damit er immer mehr Kackhaufen im Inventar haben kann. Und somit, ähm... Somit auch immer mehr... Irgendwer hat gekackt. Ich hab's genau gehört. Vielleicht war ich's auch. Und somit halt immer mehr Öl und Dünger gleichzeitig produzieren kann. Das ist eigentlich relativ... Ja, relativ einfach. So, wir stellen unser... Unser Fiomia mal daneben. Wie gesagt, Namensvorschläge für... Den männlichen Fiomia. Namensvorschläge für einen männlichen Terranodon. Und Namensvorschläge für einen weiblichen Dystrosaurus. Immer her damit. So, dann sind wir aber soweit. Du kannst die Mejo-Bären mal nehmen. Äh, mal mir geben. Und wir packen die einfach wieder hier rein. So. Ich hab auch nebenbei immer mal wieder... Ein bisschen... Ein bisschen... Oh, es muss sein. Ein bisschen Narkose mit leergestellt. Schwupp. Achso, und ich habe... Ihr seht's im Inventar. Hab ich in einem grünen Lootshop gefunden. Ein komplettes Set Lederrüstung. Hab ich aktuell noch nicht an, weil es einen schlechteren Hitzeschutz hat, als unsere billige, popelige Stoffrüstung. Ah, das hat doch schon mal prima geklappt. Das freut mich ungemein. So, ja. Doedikurus, Ankylosaurus stehen immer noch auf dem... Auf dem Plan und auf der Agenda. Und wenn wir... Ich muss mal kurz gucken. Das nächste ultimative Level, was wir erreichen müssen, ist Level 62. Dann können wir nämlich einen Argentavis-Sattel machen und können uns endlich einen Argy tamen. Und dann werde ich auch direkt... Das wird auch der erste Dino sein, den ich züchte. Also sobald wir den Argy-Sattel herstellen können, werde ich wahrscheinlich sofort eine Taming-Folge machen. Wo wir uns zumindest einen Argy, einen hochleveligen Argy holen. Und entweder mache ich das dann auch noch in der Folge, dass wir uns noch einen zweiten holen. Oder ich hole den Offscreen-Männlein-Weiblein. Und dann wird fleißig, fleißig gezüchtet. Ne, schwa, dann geht das los. Hier, so, muss man... Muss man jetzt immer ein bisschen managen. Ja, muss immer schön... Oh, ich habe die Kacke noch auf der Null. Das will ich nicht. Ja, gut, und das dauert jetzt halt seine Zeit. Irgendwann hat Koti halt Öl und Fertilizer im Inventar, also Dünger. Sorry, wenn ich manchmal mit englischen Begriffen um mich schmeiße. Es ist, wenn man viele englische YouTuber guckt, wenn man in englischen Wikis unterwegs ist, ist das echt nur sehr, sehr schwer zu trennen. Für mich zumindest. Weiß nicht, wie es anderen da geht. Alles klar. Ich würde sagen, dann sind wir für diese Folge fertig. Ne, wir haben ein Schweinchen. Ja, fein. So, da ist die Kacke am Dampfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also hat dieser komische... Dieser komische Spawn-Fail, dass das alles außerhalb der Höhle gespawnt ist, doch sein Gutes. Wir haben jetzt schon einen... Dankbietel. Das geschenkt nehme ich dankend an. Ich sehe gerade, er ist nur Level 223, nicht Level 224 geworden. Das heißt, wir haben, trotz dass wir mittelgroße Codhaufen genommen haben, konnten wir keinen Perfect Tame erreichen. Aber große Kackhaufen hatten wir leider nicht zur Verfügung. Ich glaube, Groß kackt... Also Bronto kackt, glaube ich, riesig. Ich weiß gar nicht, ob ein Rex große Haufen kackt. Also wir haben hier einen mittelgroßen Codhaufen. Dann gibt es noch große Codhaufen. Und heißen die anderen riesige Codhaufen? Ich weiß nicht, ein Titanosaurus, den... Ich weiß gar nicht, ob der auf der Map spawnen kann. Doch, im Redwood. Der kackt halt irgendwie einen Codhaufen, der wiegt 40 Kilo. Oder was auch immer, 40 Gewichtseinheit. Ich denke, das sind Kilo. Wenn man mal vergleicht, der wiegt 1,5. Der große Codhaufen wiegt, glaube ich, 3. Und so ein Titanosaurus kackt mal eben 40 Kilo. Da willst du auch nicht drunter stehen, wenn der mal muss. Nicht wahr? Gut, es ist jetzt... Es ist Nacht, es ist dunkel, es ist 0.50 Uhr. Wir haben einen Fiomia, wir haben einen Dung-Beatle. Ich bin glücklich für diese Folge und würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir hoffentlich nicht noch mehr Haare haben. Ich glaube aber, so langsam aber sicher, haben wir die maximale Haarlänge erreicht. Ich sage danke fürs Zuschauen, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.